Ja, und was musst du machen? Ja, und was musst du machen? I come before the storm. Ein Wink mit dem Zaunpfahl. So viel zum Thema Details, ne? Ja, ich hab das schon gesehen hier, das Schild. Warte, bevor ich den Anruf mache. Du guckst dich eh gerade um, ne? Ähm, ja. Ja, ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Aha. Nein, ist da drin. Schade, dass wir nicht rein können. Ich frag mich tatsächlich, wie viel ich angucken kann. Ja, hier nochmal. Die Ruhe vor dem Sturm. Hm. Was ist da denn? Eine Bar? Auch ganz cool gemacht. Was ich sagen wollte, ich frag mich tatsächlich, wie viel ich mich groß umsehen kann. Weil, äh, äh, Leo hatte jetzt ja schon ein bisschen Story so mit der Familie. Und jetzt drehen die's natürlich um, weil's wär ja sonst kacke. Wenn, äh, äh, ähm, ja, wenn sonst bei, bei Vincent nicht so viel Story ist, deswegen sind wir jetzt an der Reihe. Der hätte sich wenigstens auf die Bank setzen können. Gucken wir mal, wie einfühlsam wir jetzt mit den Leuten reden können. Ähm. So ein Arschloch. Immerhin können wir da mal, was Familie angeht, sind wir ein toller Mensch. Ja, egal. New Stand. Bah! Flieg in meinem Gesicht. New Stand, ja, ja. Oh Mann. So, hi na. Hallo. Äh. Na doch. Ja, da funktioniert's. Da kann ich? Ähm, ja. Aber guckt ihr euch noch rum. Du könntest auch noch mit den Leuten reden. Ach, guck. Du musst einfach gehen. Du musst einfach gehen. Ja. Nachdem sie erfahren hat. Oh. Ja. 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 Wenn ich die Stangen umgeschüttet habe, muss ich das da machen. Okay. Ja. Na ja. 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 Ich bin nicht sicher. Es ist eine schöne Nacht, oder? Es ist sicher. Das ist nicht so, wie es aussieht. Kannst du nicht mit dem Fahrrad was machen? Hm. Ja, dann kannst du noch mit dem davor quatschen und dann... Oh, warte, mit dem haben wir noch nicht geredet. Stimmt, da war ja was. Was ist das? Jesus, Mann! Du bist ein Schuss! Was willst du, Mann? Es ist ein Schuss. Es ist ein Schuss. Wie war es? Da vorne? Was? Vietnam? Ja. War es so schlecht, wie sie sagen? Es ist schlimmer. War, Mann. Bitte, nicht mich zu Beginn. Okay. Oh, mein Gott. Hm. Gib mir ein paar Zigaretten. Filteriert. Klar. Hier du gehst. Du bist willkommen. Danke. Wieso hast du... Warte mal. Das... Hä? Ich hab grad nicht aufgefallen. Wieso hast du Geld bekommen? Wie willst du denn was kaufen, wenn du kein... Ach, du hattest nur kein Kleingeld, ne? Ja. Ja. Ah, Alter. Und dann kaufst du bei dem anstatt... Oh, nee. Ich will nicht mehr mit dir sein. Komm mal. Sag uns, sie macht einen großen Fehler, wenn sie mit mir zusammenbringt. Ist sie? Sie macht einen großen Fehler? Ja, natürlich ist sie. Nein? Du lebst mit meinem besten Freund. Ach. Ist das wahr? Ja, aber es war lange vor. Es war schrecklich. Ich meine, sie war frisch. Entschuldigung. Entschuldigung. Du warst selbst. Ach. Dankeschön. Tja, selber schuld. Boah, kann ich dem... Kann ich dem Kleingeld geben? Nee, schade. Mach den Anruf. Ich wollte den Penner Kleingeld geben. Lass mich. Wie rufst du erst deine Frau an? Oder versuchst du es zumindest? Anscheinend doch nicht. Jetzt rufst du sie an. Wann? Wo ist sie? Ich glaube nicht, dass wir sie anrufen. Okay, okay. Danke. Hey. Hast du uns ein Flugzeug bekommen? Ja. Ja, ich habe es. Aber ich muss gehen. Was? Was? Du bist so richtig? Ich bin gut. Aber ich muss gerade sein. Hey, du kannst einfach weg. Ich bin nicht weg. Ich bin weg. Aber etwas passiert und ich muss da sein. Dein Geh? Vincent. Wir sind zu weit nach hinten. Du musst mit mir sprechen. Dir was passiert. Warte mit mir! Ich kann nicht über das sprechen. Ah. Ah, Scheiße. Ich riste mich dann mal, ne? Ich weiß nur nicht, ob mit Maus oder Controller. Ja, ich bleibe mit Maus und Tastatur. Oh Gott, meine Herren. Warte, das ist... Papis bester Mann. Der sich den nicht beringen Ziele verfehlt. Okay, ich schieße. Oh mein Gott, wir sehen ihn ja. Das ist gruselig, dass wir ihn sehen. Jo, mach schon schneller, bitte. Jo, ich bin jetzt so schnell. Oh, meine Güte. Ja, und jetzt? Jo, wie langsam halt. Vincent, get up there and I'll push this across. Hallo, Hilfe. Oh, das macht so Panik. Wow, hat das andere? Ich wusste nicht... Hilfe, ich wusste nicht, dass ich da runterfalle. Warte mal. Warte mal. Ähm, warte, das musste ich hier... Scheiße. Was muss ich jetzt genau machen? Dann einfach oben stehen. Du sollst einfach da stehenbleiben. Okay. Ah ja. Okay. Oh oh. Ja, ich hätte, denke ich, auch springen können. Ja. Ähm, ja anscheinend. Ja, jetzt? Ja, weißt du? Hallo. Oh, und jetzt? Ja. Oh, sch... Oh, wieso eh? Ja. Ich muss jetzt game over? Du bist tot. Das hat plötzlich... Das hat noch nicht auf dem Controller gezwungen. Das war ein bisschen blöd. Ich will jetzt wieder hier. Controller so. Hä? Kann ich... Oh. Warte, ja, okay. Jetzt kannst du wieder... Ja. Ähm. Hallo. Ja. Ja. Komm schon. Ja. Aber jetzt ist der hier noch... Oh. Natürlich. Ja, aus. So. Ja. 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 Das ist scheinbar verbindlich natürlich mit Freunden. Warte an den Platz los hier. Warte mal. Hilf mir. Warte was, achso. Ja. Das ist so ein Stress für mich. Jo, als ob der sich nicht weiter bewegt. Das ist echt nicht der beste Killer. Okay. Was? Plattform steuern. Oh. Ja. Okay, ja. Geh schon. Mach einfach. Geh doch dahinter. Das ist doch viel einfacher mit E. Wenn du E drückst und dann noch. Alles gut. Ja, dann mal jetzt permanent so. Wie komme ich jetzt dann rüber eigentlich? Gute Frage. Oh. Ja, auf geht's Bruder. Eins gegen eins. Und du das schaffst jetzt wieder. Scheiße. Es war so klar. Ja, anscheinend. Es war so klar. Ja, ich komm. Ja, runterwerfen hätte es ihm zu müssen. Ja, den kannst du töten. Dreh den Spießum. Alter. Ja, das ist schon, weiß ich. Ach so, warte. Das ist schon, ja. Boah. Uff. Wir haben auch mehr Glück als Verstand, Alter. Nee, ich bin hier gestorben. Ja. Ich bin hier. Allstate. Ich bin hier. Ich bin hier. Aber ich bin hier letzte Mal. Wir sind schreibt, was wir hatten, was wir haben zu verhören. Ich habe die Strategie immer wieder Kyoton, aber wir brauchen. Wir waren hier wieder zu machen. Was wissen. Good news. Congrats, man. Sure, it's great. Thanks. You don't seem too happy about it. Trust me, I'm happy. It's just, it's really complicated between me and my wife. Look, complicated or not, you gotta go see your kid. Whatever's going on between you two, it's still your kid. I know. You're right. Of course I am. You know I am. Yeah. Look, you got us that plane, didn't you? I did. Here's what we're gonna do. We're gonna go to the hospital, you're gonna see your kid, and then we go get that plane. You with me? Yeah. I'm with you. Vincent, I need to trust you on this one. You can trust me. All right then. Let's go. Also, ich verstehe, dass die da hinwollen, aber es ist halt eigentlich total dumm, wenn der die ganze Zeit Mörder auf die losschickt und Daddy zu dem Kind führt von dem. Hmm. Hmm. Is halt eigentlich... Wait. I could tell it was your first kid. You could. Yeah. Back at the hospital. The way you were holding your baby and shit. I mean... Sorry about the shit part. I... I didn't mean it in a bad way, you know. But... Yeah. Anyway. It's a great thing watching your kid grow up. Yeah. I can imagine it is. Yeah. What's wrong, man? What's the problem with you and your wife? Look. Carol is the love of my life. We've always wanted to have a child. We tried for years. Every time we failed, it was like a part of us died. And when it finally happened, that day when we found out, we've never been so happy. Then, everything went to hell. And I ended up in prison. Damn. Yeah. Jetzt ist es aber nicht so tiefgründig. Ja... Kaum war es soweit, es ist alles dem Bach untergegangen. Ist jetzt... Finde ich nicht so ein geiles Argument. Wie gesagt, was ich dazu noch sagen wollte, die Frage ist halt... Vincent. Ask the receptionist. Wo ist denn meine Frau? Äh, die Frage ist halt, ich verstehe das und ich verstehe das Bedürfnis mit der Familie, dass man sein Kind sein will und dafür da sein will, aber ganz ehrlich, also lieber auf das Bedürfnis verzichten als seine Familie dann sterben zu sehen, weil man die Mörder dahin eingefüllt hat, aber lassen wir das. Hm. Also, ich verstehe, wieso das Spiel das jetzt macht und so, aber... einiges sollte ich mich ja beeilen, ne? Aber ich bin neugierig, was hier alles zu entdecken ist. Ja. Äh, da. Ähm. Erstmal ein Buch drüber legen, damit ich mich mit unseren Gesichtern sieht. Oh mein Gott. Das ist gruselig. Oh mein Gott. Das ist verdammt gruselig, ne? Hm. How do you... Excuse me, sir. Do you know where the hospital is? Ähm. You're in the hospital. I am? Hm. Are you okay? I get mixed up pretty easy. Doctors say I'm senile. Just just a fancy way of saying you're getting old. Ha! That's exactly what I'd say. You have a nice day. You too. Hm. Mom, I don't like you here. It scares me. Your first time in hospital? Yes. I don't like me. Oh, that's true. Oh my God. I don't like you. If the doctor hurts you, just punch him in the face. Hey. Oh, sorry. Don't punch him. Just slap him. Und du bist ein Vater, oh Gott. Ich liebe Leo wirklich. Bruder, du bist definitiv zu alt zu fahren, wenn du nicht mal weißt, wie alt du bist. Äh. Hey Mann, guck dich! Kannst du hier sehen, dass ich hier schrecklich bin? Was ist dein Problem? Ich habe noch nicht zu nahe, dass du dich befestigst. Ja, aber du könntest. Ich würde mich nicht so schwer haben. Äh. 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 Ja. Äh. Entschuldige dich, sehen Sie im Worklands? Oh, das ist eine Beziehung. Oh, das ist eine Beziehung. So was about your doctor, then? What does he have to say about it? That's the problem. He thinks I'm making all this stuff up. Can you believe it? Yeah, I can. Maybe you should start believing it, too. You're just like all the rest. Just leave me alone. It hurts, man! Hurts real bad! You better stop faking it. Why would I be faking? Easy. Insurance money, of course. Fuck you. Better chill out before I make you feel some real good. Got that? Yeah. Just leave me alone. Yeah. It could be normal. What? Are you serious? Can't you see I can hardly move it? I can see you moving it. Which means it isn't broken. You are struggling. You are struggling. Good evening. Can I help you sir? No, no, no. You are struggling. You are struggling. Good evening. Can I help you sir? I am sorry. I am sorry. I am sorry. I can only give that information out to relatives. I am sorry. I am sorry. I can only give that information out to relatives. Okay, sure. Vincent, get over here. What? I am not always sick. You are more sick than I am. That's because I have the bad genes. We are twins. We have the same genes. Right, mister? I am sorry. I am sorry. I am sorry. Your doctor probably knows better. You see? What? He just said that he doesn't know. Right? You're right. I don't know anything about genes. Oh, man. These signs are so confusing. I don't know. They seem pretty straightforward to me. Oh, hi. Are you my doctor? Yeah. Um. What makes you think I'm your doctor? Well, aren't you? No. But I'll take it as a compliment. Then where is my doctor? I don't know. But you need to find him. I'm fast. I'm scared. I want to go home. We will. As soon as the doctors had to look at you. But I'm fine. Right, mister? I'm sure you'll be fine. But... Do you think it'll hurt? Not at all. The doctors are really nice here. Thank you. You look like you've been through hell and back. We were in a car accident. Just curious. What caused the car crash? She says I fell asleep at the wheel. He did. You did. He did. Are you sure you should be driving, old man? Of course. I'm an excellent driver. Excellent, huh? He's crashed the car three times already. You should steal his keys next time. Haha. Good idea. Okay. Bist du fertig? Yep. Yeah. Dann spiel spielen. Ja, meine Frau hat gerade ein Kink gekriegt, aber lass mal ein Spiel spielen. Okay. See you later. Bye. 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 Bye.